Servus und hallo meine lieben Call of Duty Freunde, herzlich willkommen zu diesem Gameplay. Wir spielen heute eine Runde Team Deathmatch auf der Trollenkarte Rundown. Ja, 6 gegen 6 ist natürlich immer so eine Geschichte. Wird das funktionieren? Die Challenge für das heutige Video ist, 50 Kills zu machen, alleine in Team Deathmatch. Wir schauen mal, ob wir es schaffen, ab ins Video. So, als Challenge, wir nehmen mal, ich glaube, wir nehmen mal die Buzz B, die ist ja nicht ziemlich geil. Taugt mir persönlich auf jeden Fall die Waffe. Gucken wir mal, wieso die Performance heute ist, weil Rundown ist eigentlich immer ziemlich verkämmt. Also von dem her, ihr werdet es ja wahrscheinlich gleich sehen. Guck mal, ihr seht schon, geht schon los. Ja. Wollen wir challengen den gleich mal? Der hat keinen Plan, noch nix. Okay. Lass uns... Wow. Lasst uns gleich mal den Spawn abdecken, wollte ich sagen. Wupp. Da oben ist einer. Nice. Baby. Raus damit. Der Pistol-Mod ist ziemlich geil, ne? Muss man schon sagen. Kommt mir persönlich auch. So, let's go. Also 50 Kills alleine zu machen ist halt... Müsst ihr im Endeffekt überlegen. Oh, Swarm. Swarm muss auf jeden Fall am Start sein, sonst schafft man es auf keinen Fall. Okay, da kommt einer. Boah, die BASB ist einfach ein Biest. Nein, das bin ich. Ich bin in deinem Team. Immer gefährlich. Wo? Ich bin in deinem Team. Wusch mich? Komm. Zeh'n haben wir schon mal. das habe ich so häufig dass ich irgendwo festhängt das mal durch über uns da nein 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 das ist halt immer der nachteil ja du hast zwar mixed lobbies wenn du mit deinem zweiter kauen sucht gleichzeitig aber du hast halt immer noch da so ich hasse die posi haben immer bessere posi auf dich immer das go unten im ersten weit entfernten dreht sich nicht mal um wo er wollte mich aber auch unbedingt haben oder der bro schon mal nicht rein und das ist zu ende was machst du jetzt schon an mir hin oder checkt ja gar nichts also es warm dürfte drin sein jetzt wenn ich das licht an so kommt noch mal nachladen und alle da hinten noch auch der mit ghost warm am start ja vielleicht noch eine nuke dann sehe ich nicht mehr wir gehen jetzt einfach mal auf nuke live nuke zwei drei Hey. Da drüben ist einer. Woah. Geh weg, geh weg, geh weg! Weg, Bro! Hey, das war ein... What? Woah. Der war gefährlich. Ich glaub die spawnen hinter mir. Ganz kurz Pause. Okay. Du weißt es nicht. Ah. Drüben. Irgendwo hab ich noch einen auf der Brücke, glaub ich, gesehen. Woah. Da neben mir. Woah, nice. Komm, wir gehen weiter. Noch ist ja noch nichts. Woah, hast du mich erschreckt. Jetzt hau halt mal ne... 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 Wollte ich das sagen. Jetzt hau halt mal ne Drohne raus. Wollen wir machen. Ist ja schon paranoid, Alter. Woah. 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 Alles close. Wir holen mal den Swarm raus. Wollen wir machen mal den Swarm raus. Wollen wir mal den Swarm raus. Wir müssen eigentlich da hinten spawnen. Keine Ahnung, Swarm macht wenig Kills gerade, aber es sei doch der Kader auch möglichst schwierig glaube ich für den Swarm... Na? Schießt einer von hinter mir? Nein, Alter, was ist denn los? Teammates schießen die ganze Zeit auf mich. Man hört halt durch den Swarm, hört man halt gar nichts. Ja, der geht halt, der geht halt steil, ne? Ja, wie er mich will... Der will nicht, der Bull... Oh, ne. Oh, jetzt hat er mich, Alter, jetzt hat er mich. Naja, komm, jetzt geht's. Jetzt nuke ich euch aber weg, Freunde. 53 Kills alleine, ohne Nuke. Ja, das heißt, jetzt kommt ja auch noch das, was ich für euch die Nuke mache dazu. Oh, da war der... Der MLG-Best-Friends-Boy. Ich habe ihn noch bekommen, oder? Ja, meine lieben Freunde, ich hoffe, die Live-Nuke hat euch gefallen. Rundown... Eigentlich eine Karte, wo ich nicht ganz so gerne Nukes mache, aber die BASB ist... Mua! Lecker Schmecker! Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschaußen, euer Basti.